Ich habe vor zwei Monaten aufgehört zu sammeln. Denn von acht Disney-Prinzessinnen habe ich dreimal Belle gezogen, dreimal Ariel und dreimal Cinderella. Ich konnte nachts nicht mehr ruhig schlafen, weil ich einfach keine neuen gezogen habe. Ich werde jetzt probieren Rapunzel zu ziehen und ich hoffe Rapunzel ist in diesem hier drin. Und wenn hier Rapunzel jetzt wirklich drin ist, dann möchte ich, dass ihr mir folgt. Ich fange direkt mit dem Rosanen hier an. Und ihr werdet selbstverständlich wieder zuerst gucken. Und bitte schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob es Rapunzel ist. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ups. Ich mache jetzt mal die Tipps auf. Okay, das ist wunderschön, dieses Gleitchen, aber es könnte auch zu jemand anders passen. Weiter geht's damit und das ist ein Ring. Vielleicht die Blume, die ihre Haare zum Leuchten bringen. Der letzte Tipp. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das hier sein soll. Und das hier ist ein Vogel und das steht ja wohl nicht für Rapunzel. Wisst ihr was? Ich tauche sie jetzt einfach ins Wasser und schüttel das Ganze. Ich kann einfach nicht länger warten. Komm schon, Rapunzel. Und es ist Rapunzel. Das ist doch Rapunzel. Das hier ist wirklich Rapunzel, das heißt, der Kommentar hat uns wirklich Glück gebracht. Wir haben jetzt schon diese vier Disney-Prinzessinnen. Ihr müsst aufs Plus drücken, das war der Deal zwischen uns. Uns fehlt jetzt noch Tiana, Schneewittchen, Vajana und Mulan. Also drückt das Plus und schreibt mir in die Kommentare, welche Prinzessin soll jetzt nächstes ziehen. Dann geht's doch mal Presentation hätte ich. Trotzdem wird er ja ganz klar tun.